Hey Leute, TopA here und willkommen zu den ersten Informationen rund um Season 2 vom zweiten Jahr von Rainbow Six Siege, dem Hongkong DLC. Es wurden diese Woche einige Informationen geleakt durch Ubisoft selber, welche sich auf das Hongkong DLC mit aller Wahrscheinlichkeit beziehen werden. Wie kam es dazu? Kurz vorweg, Ubisoft hat von Mittwoch bis Freitag ihre Testserver wieder freigegeben, um diverse Sachen auf diesen Testservern zu testen. Wie zum Beispiel das 1 Schritt Matchmaking, sodass ihr nicht mehr euer Team und dann ein gegnerisches Team findet, sondern in einem Schritt 10 Leute findet und dann direkt in ein Match reinkommt. Aber dabei hat Ubisoft einige Sachen im Spiel gelassen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum Hongkong DLC gehören werden. Und welche diese sind, werde ich euch jetzt im folgenden Video zeigen. Kurz vorweg sei nochmal gesagt, dass diese Informationen weder von Ubisoft noch von sonst irgendeiner offiziellen Stelle von Rainbow Six Siege bis jetzt bestätigt wurden. Und wir nicht 100% sagen können, dass alles stimmt, aber es ist sehr wahrscheinlich. Wir fangen an mit dem einfachsten und offensichtlichsten League, welches Ubisoft hinterlassen hat. Wenn ihr unter eure Spielersuche-Einstellungen auf den Testserver gegangen seid und eure Maps ausgewählt habt, die ihr gerne spielen wolltet oder nicht, dann gab es ganz unten eine brandneue Map Unterküste und diese nannte sich Themenpark, zu deutsch Freizeitpark. Man konnte sie leider natürlich nicht spielen auf den Testserverern, gab es nur die Möglichkeit drei Maps zu spielen. Haus, Konsulat und die dritte weiß ich gerade gar nicht, aber ist ja auch egal. Denn diese Map ist brandneu und das wird wahrscheinlich die Hongkong Map sein. Also das Thema für die Hongkong Map, ein Freizeitpark, ein Vergnügungspark. Wie das genau aussieht, kann man natürlich bis jetzt nicht sagen, aber ich denke Ubisoft hat hier einfach geschlafen und vergessen das rauszunehmen, dass das angezeigt wird. Und ja, was haltet ihr davon? Ein Freizeit, ein Vergnügungspark? Ich denke mal eher, dass wir irgendwie ein Gebäude in einem Freizeitpark haben, anstatt dass wir quasi in einem Freizeitpark rumrennen, weil das würde, glaube ich, sehr wenig Sinn machen. Aber ich bin echt mal gespannt und jetzt schon echt gehypt auf eine Map, weil so ein Freizeitpark, Vergnügungspark, finde ich, ist schon ein cooles Thema für eine Map in Rainbow Six Siege. Aber mit diesem einfachen Leak nicht genug, denn nachdem bekannt wurde, dass Daten aus der zweiten Season in den Spieldateien sind, haben einige aus der Community sich diese Spieldateien mal ein bisschen genauer angeguckt. Und was die gefunden haben, deutet doch schon recht auf die beiden neuen Operatoren und sogar auf Waffen der Operatoren hin. Ihr seht hier gerade einen Screenshot aus den Spieldateien zu den beiden neuen Charakteren, Kaltrop und Dazzler. Woher sehe ich das? C-H-R steht für Character, S-D-U, das zweite steht für Special Duties Unit, das ist die Spezialeinheit Hongkongs, Kaltrop, der Operatername und dann seht ihr natürlich Eyes, Mouth, Hands, also Hände, Augen, Mund, all die Dateien, um diesen Charakter zusammenzusetzen. Wofür steht jetzt Kaltrop und Dazzler? Kaltrop steht für Krenfuß und Dazzler steht für Blender und das weist natürlich wie immer auf die Gadgets der Operator hin. Und hierzu habe ich natürlich auch wieder einen Screenshot und da sehen wir, dass Dazzler irgendeine Art von Granate hat. Dazzler wie gesagt steht für Blender. Ich glaube allerdings nicht, dass es einfach nur Blendgranaten sind, sondern dass diese Granate irgendwas anderes Spezielles noch kann. Bei Kaltrop, dem Krenfuß, sehen wir, dass er irgendeine Art von Mine hat. Hier wurden auch sogar Dateien gefunden, wo ich aber keinen Screenshot von habe, dass es sich angeblich um eine toxische Mine handelt, also ähnlich wie die Smokegranaten. Bleibt allerdings auch abzuwarten, wie das Ganze funktioniert. Ich bin mal sehr gespannt darauf, was da jetzt am Ende bei rumkommt. Weiter machen wir jetzt mit den vermeintlichen Waffen, die die zwei haben. Und da sehen wir auf dem ersten Screenshot, dass Assault Rifle des Attackers wird aller Wahrscheinlichkeit nach das QBZ-95. Ein chinesisches Assault Rifle mit 30 Schuss im Magazin und einer Kadenz von 650 Schuss die Minute. Auf dem nächsten Screenshot sehen wir, dass das SMG das JS-9 wird. Ein 9mm SMG mit 30 Schuss im Magazin und einer Feuerrate von 900 Schuss pro Minute. Bei beiden Waffen handelt es sich um chinesische Waffen. Zum Schluss nochmal ein Screenshot von einer Fanidee zu einem Operator namens Kaltrop. Und hier wollte das Community-Mitglied, dass Kaltrop metallscharfe Krähenfüße auf dem Boden platzieren kann. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und dazu dieses Bild gefunden. Also ähnlich wie Stacheldraht. Nicht ganz wie Stacheldraht, aber dass er davon drei Stück hat. Also dreimal eine Größe von Stacheldraht auf dem Boden legen kann. Und dass wenn die Gegner da durchlaufen, dass sie schreien und auch ein bisschen Schaden nehmen. Vor allen Dingen war seine Idee, dass ein Attack Operator das hat, um das Roam ein bisschen einzudämmen. Und diese Dinger irgendwo hinzulegen, wo die Verteidiger roamen. Das ist natürlich jetzt weit hergeholt. Das kann natürlich gar nichts damit zu tun haben. Vielleicht hat Ubisoft sich auch ein bisschen an der Idee orientiert und ein bisschen dran rumgefeilt. Man weiß es nicht genau. Wie gesagt, ich wollte euch das einfach nur wissen lassen. Ansonsten lasst ihr mich wissen, was haltet ihr davon? Was denkt ihr? Glaubt ihr, wir kriegen wirklich eine Freizeitparkmap? Ich bin ja mal sehr gespannt, wie die aussehen wird. Und ansonsten, was haltet ihr von den Operatoren? Was haltet ihr von den Waffen? Und vor allen Dingen, was denkt ihr, wie wird das Gadget im Endeffekt aussehen von beiden Operatoren? Ich freue mich auf eure Meinung. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich auf das Hongkong DLC. Wenn ihr nichts dazu verpassen wollt und ihr noch nicht habt, abonniert meinen Kanal. Wenn ich euch hiermit ein paar neue Informationen zum Hongkong DLC verschafft habe, haut auf den Like-Button. Ich freue mich auf den kommenden Monat und auf mehr DLC-Hype. Aber für jetzt, haut rein, euer Topper. Bis zum nächsten Mal.